Mami, es gibt noch so viel zu tun vor der Hochzeit deines Bruders. Irgendwie peinlich, ich kenne seine Verlobte noch gar nicht. Was witzig ist, dabei wart ihr zusammen auf der Highschool. Wir waren alle auf einer Schule? Nein! Mein Bruder will eine Frau heiraten, die mir meine Schulzeit ruiniert hat. Mit Maske warst du hübscher. Du schaffst das, kein Grund zur Panik. Knuddel, Knuddel! Du hast keine Ahnung, was ich durchgemacht habe. Ach ja? Ich hatte auch so ein Mädchen in der Klasse. Tante Mona, das ist Will's Mom. Gail? Ramona. Wie lange ist das bloß hier? Wehe, du sagst es laut, dann muss ich dich erwürgen. Die Highschool war der reinste Horrorfilm. Dieses Wochenende ist der zweite Teil. Du warst Cheerleader-Caption. Gator Power! Das brave Mädchen spielst du echt gut. Oh, das Kätzchen zeigt seine Krallen. Dieses Wochenende ist ein Desaster. Hausarrest. Geht auf eure Zimmer. Ich weiß, ich sollte das hinter mir lassen, aber ich krieg's nicht hin. Du bist auch nur ein Mensch und wir machen Fehler. Es kommt drauf an, wie man sie wieder gut macht. Auf dich standen bestimmt viele Jungs, oder Jana? Tim! Gibst du mir mal deine Telefonnummer, die alte Stimme irgendwie nicht? Sie ist 5550172. Ich bin auch auf Facebook. Und Twitter. Du schon wieder.